ok google spielmusik von spotify so ihr geilen hallöchen ihr süßen zuckerpüppis ich muss hier noch schnell bei instagram was fixieren so ok google leiser hallo ihr süßen zuckerpuppen ja ich wünsche euch noch mal frohe weihnachten ich bin ja heute hier ganz schick im weihnachts outfit für euch ja und ich wollte fragen wie ihr heilig abend verbracht habt ich hoffe war alles gut und ihr wurdet ordentlich beschenkt ich zeige euch mal mein geschenk ich habe einhorn hausschuhe bekommen geil was war es dann auch mit den geschenken nein und ich habe noch einen neuen verdampfer bekommen den habe ich aber schon vor weihnachten ausgepackt ja das sind meine geschenke was habt ihr bekommen das sind meine geschenke und mit dem einhorn kann super den dampf wieder weg machen geil war danke ich wünsche euch auch allen frohe weihnachten und ich dachte mir ich verschenke auch was an euch habt ihr bock auf geschenke freunde ich bin kein weihnachtsmann ich bin eine weihnachtsfrau habt ihr bock auf geschenke freunde und zwar für euch gibt es meine whatsapp nummer also meine handynummer ich würde euch ja mein handy jetzt gerade zeigen aber ich bin parallel bei instagram live also es gibt meine handynummer für euch alles was ihr dafür tun müsst ihr müsst whatsapp haben weil anrufen und so ist nicht da habe ich keinen bock drauf aber ihr könnt gerne mit mir whatsapp nachrichten schreiben ich habe eine whatsapp gruppe da gab es leider vor ein zwei wochen ein technisches problem und ganz viele von euch sind rausgeflogen warum auch immer technik die begeistert hallo didi und deshalb alle die sich schon mal bei meiner whatsapp gruppe angemeldet haben und sich wundern dass die seit ein oder zwei wochen keine nachrichten mehr bekommen bitte einfach mal in meiner whatsapp gruppe anmelden whatsapp gruppe ist natürlich kostenlos freunde und für alle die bock auf eine geile weihnachtsüberraschung geile fotos und videos von mir haben einfach in meine whatsapp gruppe kommen da können wir geil schnacken ihr findet meine nummer auf www.aiche-pervers.mobi bei facebook findet ihr das oben im fixier in der stream beschreibung und bei instagram unten im fixierten kommentar für alle die bei instagram den stream später gucken und das fixierte kommentar nicht sehen aiche-pervers.mobi ja ganz einfach und da schicke ich nämlich ein whatsapp newsletter raus so gegen 21 uhr 30 und ihr könnt euch auf eine geile überraschung freuen aber mehr verrate ich nicht es muss ja spannend bleiben felice navidad dankeschön dir auch frohe weihnachten ja florian es kommt ein neues youtube video ich habe meinen malediven urlaub einen blog gemacht und alles per handy kamera festgehalten nur jetzt zu weihnachten hatte ich keine lust das alles zu schneiden deshalb werde ich das nach weihnachten schneiden und dann gibt es ein neues youtube video für euch was ich zu weihnachten bekommen habe ich habe hier von der diddy diddy diamond ein verdampfer bekommen hier das liquid habe ich mir selber gekauft zu weihnachten pass auf das habe ich bekommen das habe ich bekommen zu weihnachten und ich habe zu weihnachten bekommen einhorn hausschuhe süß war ich finde die super das sind meine weihnachtsgeschenke die ich bekommen habe und für euch gibt es natürlich auch ein geiles weihnachtsgeschenk wenn du mit mir im whatsapp schreiben möchtest dann komm doch einfach in meine kostenlose also es ist ganz wichtig kostenlose whatsapp gruppe auf eichel-pervers.mobi und da gibt es für euch eine geile überraschung der liquid ist von irgendwas mit vampire keine ahnung und geschmack ist irgendwas mit pink aber ich habe den rest auch vergessen ne also an alle die bock haben ich würde mich wahnsinnig freuen wenn ihr in meine whatsapp gruppe kommt und wir dann ein wenig schreiben können äh karl otto ich zeige leider hier nichts bei instagram das geht leider nicht das ist hier nicht erlaubt im social media tut mir leid pink man danke diddy pink man ich rauche gerade pink man weil ich weiß zwar nicht was pink man für ein geschmack ist aber es schmeckt gut ne also ist ganz geil danke ich wünsche euch auch frohe weihnachten ich kann euch nur so viel verraten es gibt auf jeden fall eine richtig geile überraschung für euch heute an alle die meinen whatsapp newsletter haben die können sich sehr sehr freuen es gibt wieder was richtig cooles für euch so gegen 21 uhr 21 uhr 30 in dem dreh schicke ich einen geilen whatsapp newsletter raus und an alle die noch nicht in meinem whatsapp newsletter sind oder mal waren und keine nachrichten mehr bekommen es gab ein technisches problem und mir sind ganz viele nummern rausgeflogen äh keine ahnung warum technik die begeistert sagt man ja immer es klappt leider nicht immer so wie man das möchte deshalb einfach nochmal neu anmelden beim whatsapp newsletter ne also einfach auf www.eiche-pervers.mobi gehen dann meine nummer anklicken in eurem handy speichern start schicken und dann geht's los dann seid ihr in meiner whatsapp gruppe und ihr müsst euch keine sorgen machen die whatsapp gruppe also ich nur ich sehe eure telefonnummer die anderen sehen eure telefonnummer nicht und ihr seht auch nicht was die anderen schreiben ich kann nur sehen was ihr mir schreibt und so ähm also wegen so privatsphäre braucht ihr euch keine sorgen zu machen dass irgendwelche hunderttausend fremde menschen eure nummer haben ich werde hier nicht für euch stöhnen tut mir sehr leid und ich werde auch nicht meine füße zeigen ähm es gibt immer sofort ärger am social media wenn man irgendwas zeigt oder irgendwas macht und deshalb tut mir leid geht das leider nicht kann ich euch leider nichts zeigen außer meine einhorn hausschuhe und ich kann euch meine hündin zeigen die ist läufig hier das ist meine läufige hündin ist die nicht süß die ist ganz goldig die hat aber keine haare mehr auf der nase die verliert leider felle auf der nase warum auch immer ne ne aufstehen kann ich leider auch nicht ich hab nämlich nicht so viel drunter das ist das problem deshalb muss ich sitzen bleiben und mich am besten nicht bewegen das muss ja alles hier social media konform sein freunde dankeschön jürgen für die lieben grüße also freunde wenn ihr alle ein smartphone habt davon gehe ich mal aus wenn ihr alle whatsapp habt davon gehe ich auch mal aus dann würde ich mich wahnsinnig freuen wenn ihr in meine whatsapp newsletter gruppe kommt meine whatsapp gruppe kommt ähm ja mit mir schreibt fotos können wir da verschicken videos können wir da verschicken ich gucke mir auf jeden fall alle fotos und videos an die ihr mir schickt und ich schicke euch natürlich auch immer tolle fotos und videos und für alle die sich heute noch anmelden und natürlich auch die die schon dabei sind gibt es eine geile überraschung ich schicke nämlich einen schicken newsletter beziehungsweise einen schicken whatsapp gruß mehr verrate ich noch nicht für euch raus deshalb ähm es muss ja auch spannend sein das ist mein weihnachtsgeschenk an euch kommt in meine whatsapp gruppe auf www.aiche-pervers.mobi yeah danke 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 oh hier geht es wieder los ja so ist das Räune ich habe weihnachten zuhause gefeiert ist aber auch ganz nett ist auch mal entspannt dankeschön Merle ich habe zwei von den Hunden zwei von der Sorte habe ich so nochmal alle bei Instagram die dann den Stream später schauen und das fixierte Kommentar nicht sehen www.aiche-pervers.mobi dort findet ihr meine whatsapp Nummer könnt in meine kostenlose whatsapp Gruppe kommen und mit mir schreiben das geht ne was geht bei euch also ich freue mich auf jeden Fall ich mache den Stream in ungefähr 5 Minuten aus und dann werde ich mich an mein Handy setzen gucken wer in meiner Gruppe jetzt neu ist mit euch schreiben da freue ich mich schon drauf ja whatsapp Newsletter ist kostenlos es gibt noch eine Premium Version aber ich rede von der ganz normalen whatsapp Gruppe die ist kostenlos da könnt ihr dann vorbeischauen oh in Ludwigshafen bin ich jetzt erstmal länger nicht Timo bis jetzt habe ich da kein Booking das ist ja ganz weit weg von Berlin Hallöchen an alle Dankeschön Boy das ist lieb danke Jessica vielen vielen Dank ich hatte heute keine Lust meine Haare zu glätten die sind ein bisschen wuschig aber mein Gott gibt es Schlimmeres ne so Freunde ihr schreibt mir immer dasselbe hier nein das ist privater Chat ich sage immer nur whatsapp Gruppe weil die Leute unter whatsapp Gruppe sich was vorstellen können aber ihr schreibt mir eigentlich privat ne ich komme super ohne BH klar Lisa Dankeschön da hat jemand geschrieben dass ich die geilste Sau bin ein Herzchen an dich danke 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 Freunde seid ihr dabei habt ihr Lust mit mir zu schreiben im whatsapp da da findet ihr meine whatsapp nochmal ja und nochmal ganz ganz wichtig da war ich nicht dass ihr dann irgendwie denkt ich schreibe euch nicht oder bin böse oder hab euch blockiert oder so einen Schwachsinn habe ich nicht mir sind ganz ganz viele Nutzer von euch rausgeflogen weil es ein technisches Problem gab mit whatsapp und mir sind weil ich so viele Leute halt in meiner Gruppe habe sind mir ganz viele irgendwie rausgeflogen keine Ahnung warum also für die die sich mal angemeldet haben in meiner whatsapp Gruppe aber seit ein zwei Wochen keine Nachrichten mehr bekommen haben eure Nummer ist leider rausgeflogen ich habe euch nicht gekickt ich möchte euch alle gerne bei mir haben deshalb am besten nochmal neu anmelden kostet ja nix einfach nochmal neu auf eichel-pervers.mobi gehen die neue Nummer eintragen und dann seid ihr auch wieder in der Gruppe ne deshalb immer noch 75 e da ändert sich auch nix danke Jens Uwe warum fragt ihr mich immer dasselbe? haha BDSM ist nicht so meins also dominant schon Wolfgang aber so mit Bondage kannst du mich jagen das ist nicht meins so Freunde ich würde sagen ich mache mich so langsam fertig ich muss noch meinen geilen WhatsApp Gruß an euch planen ich habe mir da was richtig geiles überlegt es gibt auf jeden Fall eine fette Überraschung so viel kann ich schon mal verraten es wird spannend es wird heiß und an alle die nicht in der WhatsApp Gruppe sind die sollten sich schnell anmelden damit sie meine geile Nachricht die gleich kommen wird nicht verpassen es wird richtig cool es gibt Geschenke für euch deshalb ja www.eishin-pervers.mobi nur mal ins Handy speichern start schreibe und los gehts wa? dankeschön Fußballfreak ja und nochmal bei vielen Fragen ich würde sagen WhatsApp Newsletter ist kostenlos Schöne Grüße an King Bela und Russen Alex Peter vielen Dank ist jetzt offiziell ausgerichtet was sich hier wieder für Leute rumtreiben die King Bela und Russen Alex kennen ich sag dazu mal jetzt nichts aber hier ne könnt ihr gleich mal hier weiter sagen lieber Peter WhatsApp Newsletter abonnieren eishin-pervers.mobi und dann keine Nachricht von mir verpassen so Freunde der Sonne ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Weihnachtsfest noch einen schönen ersten Restfeiertag und einen zweiten Feiertag feiert schön mit euren Familien lasst euch beschenken geht lecker essen und ab Januar wird dann der Speck wieder weg trainiert Freunde ich freue mich auf viele neue Gesichter und viele neue Leute in meiner WhatsApp Gruppe an alle die noch nicht drin sind www.eishin-pervers.mobi und ich schreibe euch jetzt gleich also haut rein ihr geilen tschüss Facebook oh warte so so Instagram ihr wisst Bescheid euch darf ich sogar ein bisschen mehr verraten das darf ich den Facebookern nicht verraten weil die bei Facebook da immer sehr empfindlich reagieren mit Sperren und so heute um 22 Uhr gibt es für euch eine kostenlose Webcam Show auf meiner Homepage und ich bin nicht alleine bei der Show ne ich bin nicht alleine es wird gepload gepload yeah Freunde es wird gepload also wenn du mir nachher kostenlos zuschauen möchtest es gibt natürlich einen Haken beziehungsweise zwei du musst mindestens 18 Jahre alt sein sonst funktioniert das nicht und du musst einmalig mindestens 5 Euro aufgeladen haben damit ein Alter verifiziert werden kann ansonsten gestern gab es auch schon eine Gratisshow heute gibt es eine und morgen wird es auch eine Gratisshow geben für euch deshalb lohnt es sich auf jeden Fall und da geht ihr einfach auf www.eishin-pervers.tv so ihr Geilen ich bin raus komm nachher um 22 Uhr meine kostenlose Show euch angucken in die Gruppe steht auch da wie du reinkommst du gehst auf eishin-pervers.mobi klickst auf meine Nummer speicherst sie in deinem Handy schickst Start und bist in der Gruppe so um 22 Uhr gratis auf meiner Webseite kostenlose Webcam Show www.eishin-pervers.tv ich bin raus Tschö!